Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu einem neuen Classic Unboxing hier bei Gavatrons. Eigentlich ist es gar kein Classic Unboxing, da es sich um ein neues Spiel handelt für eine Retro-Konsole, das ich mit euch heute auspacken möchte. Und zwar habe ich mir auf ebay folgendes Spiel gekauft für die Sega Dreamcast. Und zwar das hier, Hulk-Kaiser, ein Sidescrawler-Shooter ab im Anime-Serie, beziehungsweise zu einer Anime-Serie. Zum Beispiel dieser Roboter hier, den kennt man aus Anime-Serien in Japan, sehr beliebt gewesen, oder immer noch beliebt, ich glaube die Serie ist aus den 70er, 80er Jahren gewesen. Ich kenne diesen Roboter aus so manchen Spielen von Sega Saturn aus Japan, zum Beispiel diese Strategie-Spiel, wo verschiedene Mesh-Roboter dabei sind aus Gangnam, da war der auch dabei. Und das ist letztes Jahr Release One von Pixelheart, mit Astropod steht hier. Und ich habe die Nummer 1186 schon 3000 Kopien. Und das habe ich bei Zufall auf ebay gesehen und mir bestellt, inklusive mit Versand aus Österreich, habe ich glaube 60 Euro bezahlt. Und das war es mir auf jeden Fall wert. Der Trainer sah interessant aus, ich mag Anime, dann ist das hier so ein 70er, 80er Style, ihr seht es an den Bildern, verlinkt euch mal unten in der Videobeschreibung den Trainer zum Spiel. Und hier steht dann noch mal auf Deutsch, könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr möchtet. Und ist VGA kompatibel, unterstützt ihr natürlich die Memory Card für den Controller. Und das packen wir uns mal zusammen aus. Muss mal gucken, ob ich das öffne. Ja und Pixelheart bringt ja hin und wieder immer noch Sega Dreamcast Spiele raus. Sega Dreamcast ist eine sehr beliebte Konsole noch, viele Indie-Entwickler. Und ich finde es cool, wenn ein Publisher sich dann die Mühe macht, solche Perlen zu uns ja zu veröffentlichen, auch als PAL-Fassung. Ich kannte es früher immer nur aus japanischen Versionen, aber Pixelheart bringt jemals physische PAL-Fassung. Ich hoffe, ich bringe auch noch Saber Rider raus. So, dann haben wir hier die Spiele-Disc. Sieht sehr schön aus. Ja, die deutschen oder europäischen Paaren von Sega Dreamcast gehen schnell kaputt, aber ich finde die trotzdem schöner als die amerikanischen und japanischen. Weiß ich nicht. Einfach besser. Dann haben wir hier so ein Zertifikat und natürlich ein Booklet. Und dann gucken wir jetzt natürlich auch noch mal ein. Das sind andere Dreamcast Spiele, die erschienen sind. Die habe ich alle noch nicht. Es gibt auch jetzt Alice in Wunderland 2, dieses 2D-Plattformerspiel für den Sega Dreamcast habe ich gesehen. Das duftet her. Ich mache mal ein Duft her. Ich liebe diesen Duft von frisch gedrucktem Papier. So, in Deutsch. Genau, da ist es. Dieses Alice. Alice Sister. Dieses Escape finde ich sehr interessant. Ich ruhe ich mir eventuell auch mal. Und ich glaube, das gibt sogar für den Mega Drive dieses Magic Pockets. Manch hätte ich mal auf Ebay gesehen. Ja, und das war es mir von mir. Zu diesem kleinen Unboxing. Falls ihr das Spiel gespielt habt, das gab es glaube ich auch aufs Beam digital. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel. Kennt ihr das? Kennt ihr den Anime eventuell? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ansonsten bedanke mich auch an dieser Stelle für eure Zeit. Über jeden Kommentar. Ein Like würde ich mich sehr freuen. Bis demnächst. Euer Gavatrons. Ciao.